Hallo, heute gibt es ein leckeres Festtags-Esser. Das ist jetzt ein bisschen lieber. Ich glaube, du hättest es lieber bekommen. Hier war er. Ich glaube, du hättest es lieber bekommen. Sind sie noch nicht so überzeugt davon? Das hat er schon so saft gefressen. Hilfe! Frisches Rinderherz. Mhhh! Ihr seid kleine Feinschmecker. Ihr würdet lieber Katze essen. Amy, komm mal her. Magst du auch ein Stückchen? Amy, guck mal! Magst du ein Stück Rinderherz? Nein, du nicht. Odessa, magst du ein Stück Rinderherz? Oh ja, Odessa nimmt gleich so Rinderherz. Ich glaube, das Stück ist zu dick. Kriegen wir es durch den Knochen? Das schmeckt lecker. Na, Amy? Magst du ein Stück Leber? Amy? Du doch nicht. Die will ja mich. Amy will lieber schmusen. Die will mich. Lecker, lecker. Guck mal, wie lieb die beim Fressen sind. Leckere Leber, gell? Mhhh! Hilfe! Liffi! Liffi, komm! Guck mal! Leckere Leber. Magst du lieber Nierchen? Nein, ja. Ah, Nier ist besser als Leber. Na gut. So, das war's von heute mit unserem Festtagsessen. Guck mal! Guck mal!